Wie plant man ein Clubhouse-Event? Vielleicht möchten einige Leute an einem besonderen Tag und zu einer besonderen Uhrzeit und für einen besonderen Anlass ein Zimmer oder Zimmer reservieren und diesen Anlass als Botschaft an andere weitergeben wollen, damit auch sie verstehen, dass an diesem Tag und zu dieser Stunde etwas Besonderes passieren wird. Wie jemandes Geburtstags- oder Abschlussfeier Anlässlich dieser Veranstaltung möchte der Benutzer beispielsweise einen Raum erstellen und mit anderen chatten. Rufen Sie dazu die Clubhouse-Anwendung auf Ihrem Telefon auf. Klicken Sie auf die grüne Option. Klicken Sie in der angezeigten Option auf diese Option. Hier können Sie den Namen dieses Ereignisses oder Vorfalls hier schreiben. Das schreibe ich zum Beispiel. Hier steht auch, von wem dieser Raum und diese Veranstaltung veranstaltet wird. Sie können in diesem Abschnitt auch einen Assistenten oder einen Gast auswählen. Klicken Sie darauf und wählen Sie dann die gewünschte Person aus. Klicken Sie nun auf die Bestätigungsoption. Hier können Sie das Datum und die Uhrzeit der Veranstaltung angeben. Ich wähle zum Beispiel dieses Datum und diese Uhrzeit. In diesem Abschnitt können Sie auch diese Option aktivieren, die es anderen ermöglicht, die Wiedergabe dieses Raums später anzusehen. Hier können Sie eine Beschreibung der Veranstaltung oder des Raumes für andere hinterlassen. Zum Beispiel so. Klicken Sie auf die Bestätigungsoption. Hier können Sie sehen, dass der Raum, der sich auf diese Veranstaltung bezieht, an diesem Datum und zu dieser Uhrzeit gehalten wird. Und auf diese Weise können Sie den Link dieses Raums oder Raums mit anderen teilen. Danke, wenn dir das Video gefällt und du den Kanal abonnierst, um uns zu unterstützen.